und herzlich willkommen zum minecraft battle mit dem tim von mcexpert.de guten tag so ich gehe jetzt vandermans ich sehe dich nicht mal mehr ich bin garten nur ganz viel mobs nein aber zombie armee hinter mir wehe mich greifen jetzt wieder irgendwelche box von hinten an und dann bin ich wieder schuld weil ich allein durch urlaub genau wie zum letzten mal in welche richtung bist du dann gelaufen richtung 1 wir haben jetzt die wollen noch nicht platziert das machen wir gleich auf jeden fall oh ja ganz schnell wenn ich dich gefunden habe ich komme gerade entgegen hoffe ich zumindest ich glaube ich sehe dich explodiert einfach hast du überhaupt ganz oder nein allgemein gar nicht dann noch fünf jetzt ja dann können wir uns doch schnell rum nix echt asozial dass ich einfach nichts drop manchmal oh da sind pferde kommt nachher wieder irgendjemand angeritten der uns mit dem pferd erschlagen will einfach mal durch den wald das ist ein skelett versuche nach creepern da ist ein rohes hühnchen keine creeper ich glaube offene flächen sind dafür doch besser von einem zombie erschlagen ja blaze das war ein gemeinster leistung okay aber wenn man das dann aufnahmen sieht dann denkt man ja okay so unglücklich daher laufen aber aber wie platziert das war aber nicht richtig kannst du die mitnehmen moment ich habe die blaue wolle hast du schon eine ja wir haben ja zwei blaue und eine weiße dann müssen wir das schnell mal zurückbringen und das muss ich mir sehen was vertan vielleicht hätten wir auf dem weg noch eine rolle das wäre cool creeper haa und es ist wieder Tag aber ich würde sagen das ist egal wie geht es einfach mal zum bolster genau und dann tauren wir uns schon mal hoch warten bis zur nächsten nacht und dann geht es los oh ja ja können wir oben schon mal das eisen machen können wir oben schon mal das eisen machen da kam feil geflogen und ich hoffe der war nicht von einem spieler äh ne da unten steht ein skelett ich hoffe mal nicht ich hoffe mal nicht dass es noch mal anderes war wir müssen ein stück nach links ja ich wollte jetzt fast die labe unter mich platzieren ich bin grad erst bei der wüste ja ich aber auch ich bin ein stück weiter links glaube ich ich habe hier in der wüste irgendwas gefunden was lagermäßig aussieht wo bist du genau creeper ähm ich glaube ich bin links von dir wenn du gerade über ja das bist du naja das haus da ja das gerade aussieht sieht aus wie so ein lager ja wahrscheinlich leer ja so dann abrichtung mitte wenn die wolle umtauschen da sind leute oh oh die wollen uns töten dann haben die gleich äh ganz viel wolle ja dann bis hinter mir ja ähm wir können natürlich versuchen uns hochzutauern und ich würde sagen das machen wir dass wir uns einfach äh sicher hochtauern so passt sicher sicher pass auf komm hoch ab 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 scheiße man nein und es wird eng und eng und eng und eng wir können wir hoffen dass sie das ganz vor der liegen lassen eventuell noch lebt ich nein scheiße so das sind so arschlöcher die haben mich da runter gehauen und dann mit dem Fall gekillt ey und ich bin schon zick zack gelaufen oh man das war auch so dumm dass wir das leicht hoch konnten das ist scheiße von der einen Seite das was jetzt was jetzt leicht dumm war ist dass wir die Wolle nicht direkt umgetauscht haben ja wir konnten halt nicht in die Mitte ne also ja direkt ja ja danke gut dass wir jetzt fast gar nichts mehr haben wir hatten alles mit ich hab viele Sachen eingesammelt mal gucken was da noch so rumliegt warum das war ach da war das ne liegt auch noch was aber kein gunpowder dummerweise hm die gehen jetzt erstmal die ganze Wolle umtauschen ey so ne scheiße weiß nicht was ich vergessen hab ich muss mal eine neue Wolle mitnehmen oh man oh ne sogar das gunpowder ist weg das ist natürlich das dümmste daran alle Pfeile weg hm 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 keine Ahnung was wir jetzt noch machen können letzte Wolle arg also die offizielle Regel war ja früher vor dem Plugin ähm ach die wir hatten sogar zwei blaue von denen ja die offizielle Regel war ja dass man hm mit der letzten Wolle die man hat noch spielen kann ich hab jetzt die letzte Wolle ich hab Sand aufgehoben ah wo bist du denn hingelaufen äh ich bin ich verhandel gerade äh wo mach ich das was was ist er wie weg was ist er wie weg ah bis gerade in der Mitte ja ja los ich möchte nur mal gunpowder ach man jetzt ich hab den Sand ah nice das ist uns geblieben ansonsten ja komm dann lass uns schon mal hochtauern und warten bis wir nochmal gunpowder bekommen Eisen haben wir auch nicht ich hab nicht mal ein Schwert so ne scheiße ich hab auch noch als egal dann fahren wir gleich noch irgendwie Eisen mit bisschen Stripmine wir brauchen auf jeden Fall noch Holz äh ja das stimmt komm lass uns hier einfach mal hochgehen oder am besten an der Wasserquelle runter zu springen huah hehehe ja so ab geht's hast du genug Blöcke? ne in der Tat nicht ok hier leider dann tauern wir mal ein bisschen ich hab sogar nicht mal genug Essen grausam ich hab noch ganz viele Kartoffeln na ich hab gar nix ja ich kann dir welche geben na doch nicht so ich würd sagen ok 100 ja hier passt lass uns hier bleiben irgendwo 115 ist ne schöne Zahl baust du mal eben achso baust du mal eben Achtung klatsch danke so dann bauen wir uns jetzt in der Burg hab ich gehört ja wenn schon denn schon oh was mach ich hier hehehe was war das Tim das war extra das war Absicht das muss so so hier ja nein wir machen so ein Kirchendach hehehe ähm dann am besten noch soo das hier weg so camp auf hohem Niveau naja da unten laufen sie schon wieder wie die Geier hehehe aber das sind die roten ne wer ist denn das das ist doch nicht blau achso pink achso deswegen sahen die so aus so und dann richten wir uns mal häuslich ein hier oben hm hm hups so hm bisschen Kohle und ein bisschen Potatoes dann keine Ahnung Holz müssen wir gleich überfahren hm und vielleicht sehen wir irgendwelche Leute unten kämpfen und können dann abstorben oder so hehehe das hätte auch was erstmal schön zugucken genau und jetzt muss ich beim rüber springen runterfallen das wäre nicht so schön aber es wäre ganz gut wenn wir Eisenfarmen gehen würden ja hm hm oh das heißt ich springe einfach mal runter glaube ich obwohl ich nur ein bisschen zu essen mit also rechts haben wir noch gar nichts hä hast du die Katafel rausgenommen? ja ich musste aufhören ich hatte nur noch äh einen Hungerballen glaube ich warte eigentlich ist fertig ja Holz wäre natürlich auch nicht schlecht ich mach mir jetzt einen Dispenser den brauchen wir nämlich auch also brauchen wir nicht unbedingt aber das ist ganz gut wir brauchen aber auch lange hä? naja wir brauchen aber auch lange so meine Güte das riegt ja schon ein bisschen auf braucht ein Dispenser ein Eisen oder darf der Bogen nicht kaputt sein? ich glaub der Bogen darf nicht kaputt sein okay wir haben wir haben aber noch äh 15 Strings uns fehlt in der Tat Holz ich springe jetzt einfach ja ja er lebt noch ist er nicht selbstverständlich bei uns das war aber schon schwer zu verfehlen ah aber alles ist möglich ich frag mich immer noch wie Stegi und Ausrede hingekommen sind eben ich weiß es auch nicht weil keine Ahnung ich kann mir nicht vorstellen dass die in der letzten Folge schon da waren also in der letzten Folge kann ich mich nicht daran erinnern dass da jemand war vor allen Dingen weil ich in der letzten Zeit ja genau vorm Loch mich ausgelockt hab und man hätte die Namen ja dann zumindest gesehen die müssen sich irgendwann einen Gang reingegraben haben aber wir waren da ja auch gerade erst am Aufnehmen wo wir reingelaufen sind das ist jetzt die Frage das müssen wir uns dann in der Aufnahme von den angucken achja Folge vorbei dann danke und äh bis zum nächsten Mal jo bis dann tschüss